Gefällt mir auf keinen Fall. Wir sind im 7T-Stock und dürfen keinen Aufzug benutzen. Wenn man die Toilette braucht, muss man manchmal bis zum 3T-Stock runterlaufen. Wurde fast niedergeschossen, als ich mit Türoffenscheißen war. Die Toiletten sind in schlechterem Zustand als ein Klo an einer Raststätte in der Türkei. Erster Tag Schule. John leg auf den Klo. Finde es unmöglich, dass die Befreiung von Deutsch und Religion nicht mehr möglich ist. Danke für den Zuschauerwunsch und bis dann.